Dramatisch Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ihr wisst, Tami Das ist die Böge Shady Shady One and Only Undo wir sind zurück heute wieder, auf diese herbeige Tag, also heute werden wir die Angst aufs über Greta Ok, über Greta Okay, aber bevor wir hier sagen, schreibt es die, schreibt es, schreibt es, und schreibt es, und schreibt es Also ihr habt ihr gesagt, ihr habt ihr die Angst aufs Ihr habt ihr gesagt, das ist das sehr, wir haben die Angst aufs Ich habe schon gesehen, das war's, das war's Das war's, das war's, das war's Das war's, das war's, das war's, und Amerika, und das Und das die Mitte der Mitte Heute werden wir hier über Griechen sprechen. Es ist das, was ich gesagt habe, Griechenland. Okay, dann gehen wir direkt an den Aktionen. Ich werde eigentlich nur abonnieren. Warum abonnieren? So dass ich den Content miss werde. Okay, dramatisch. Dramatisch. Das ist unglücklich, denn mein griechisches Volk leidet. Hallo. Entschuldigung, könnten Sie ein bisschen leiser donnern? Wir müssen hier unten arbeiten. Wer wagt es? Sorry, Zeus. Zeus ist nicht glücklich. Wie redest du mit mir? Ich bin Gott. Ja, ja. Und wir sind die Troiker. Wir sind Götter. Aber Sie können auch gerne Institutions zu uns sagen. Ja. Sagen Sie mal Zeus? Sind Sie überhaupt noch im Amt? Also laut meinen Daten ist er seit 2000 Jahren im Ruhestand. Hier ist dein Zufraus in Jesus Volk. Bei Wohlbezügen? Typisch Grieche. Oh. Exakt. 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 Die Menge Götter, die in Griechen haben, ist verrückt. Heutzutage. Die Menge. Ich werde es nicht verletzen. Warte, warte. Wie viel Energie das kostet? Ich zeige euch das. Sorry, du kannst es nicht. Sorry. Du kannst es nicht, Zeus. Du kannst es nicht verletzen. Sorry, Zeus. Du kannst es nicht verletzen. Sorry, Zeus. Ich kann nichts anderes. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Gut. Dann verwandle ich mich jetzt in ein Stier und Ficke Europa. Oh. 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 Ah ja, die Herren von der Troika, auch mal wieder in Griechenland. Es ist Sada Semonku. Kalispera, was kann ich Ihnen anbieten? Moussaka, alles frisch? Nein, das ist gestrichen. Moussaka. Ja, frisch gestrichen. Mh, mh, mh. Ach ja, ja stimmt, habe ich nicht mehr. Okay, vielleicht Tzatziki? Tzatziki ist auch aus. Ja, dann Souvlaki. Herr Sumonchulos. Souvlachulos. Sehen Sie, das hier ist Ihre neue Speisekarte. Akzeptieren Sie einfach unsere Bedingungen und dann kriegen Sie sofort die nächste Tranche ausgezahlt. Was? Maultäschle, Sauerkraut und Trollinger? Das ist doch in Griechenland keiner freiwillig. Das ist doch in Griechenland keiner freiwillig. Das ist doch in Griechenland keiner freiwillig. Ohhhh. Ja, aber das passt nicht, weil die Taverna heißt Dionysos. Was? Moment. Der Gott des Weines und der Freude. Herr Sumonchulos, wir hatten doch ganz eindeutig ausgemacht, Sie heißen ab sofort Austeros. Och ne. Austeros, das ist Altgriechisch und das heißt Trockenheit auf der Zunge oder schwierige Umstände. Was ist denn das für ein Kneipenname? Es will doch niemand in schwierige Umstände kommen. Sie müssen unsere Hilfe natürlich nicht annehmen. Ihre Hilfe, die hat es nur noch schlimmer gemacht. Ach, jetzt sind wir wieder schuld. Ja, letztes Mal haben Sie mir den Wein gestrichen. Das war alternativlos. Ich bin ein Weinlokal. Jetzt habe ich keinen Umsatz mehr. Dafür haben Sie einen absolut ausgeglichenen Haushalt. Ja. Ja, ich habe keine Ausgaben, aber ich habe auch keine Einnahmen mehr. Er ist umverlässig. Keine Ausgaben, keine Erhöhung. Also umverlässig. Er war vor dem solchen Vater. Und was machen wir da? Richtig. Strukturreformen. Ja, die Stille werden abgebaut. Was? Wo sollen denn dann die Gäste sitzen? Welche Gäste? Hallo. Das ist mein Tafelsilber. Müssen wir leider privatisieren. Hm. Unglaublich, das ist was die Institutionen tun. Unglaublich. Alle kleine Unternehmen, die SME, die zerbrochen werden. Okay. Wenn sie in diese Art von Dezungen kommen. Was? Und was bringt das? Hier. Zehn Cent. Fürs Tafelsilber dürfte genug sein. Ja. Zehn Cent? Was soll ich denn damit? Schauen Sie. Sie zahlen Schulden. Ja. Wecken Vertrauen. Locken Investoren wieder an. Und schon kommt der Aufschwung. Ja. Da schauen Sie. Da kommt schon der erste Gast. Ja. Nee. Das ist mein Koch. Das ist mein Koch. Zehn Cent ist eine Frau. 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 Also ich könnte schwören den König. Das ist ihre Zeusflatte. Mit Maultaschen. Wohlbekommen! Was verdient der Mann? Zu viel. Was machen wir da? Struktureffekt. Der Mann muss abgebaut werden. Ja. Hallo, dann bin ich ja ganz alleine. Na, Sie schaffen das schon. Ist dann eh nur noch eine Stehknabel. Nein. Außerdem, da will keiner mehr essen. Also, ich würde ja gern was anderes probieren. Wir werden plumpsen, Kröstl. Nein, 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 nein. Also, wenn ich die 20 Cent behalten dürfte, dann könnte ich hier mit Ihnen... Was hatten wir ausgemacht? Oh, nee. Ja, Regeln sind Regeln. Schulden müssen, kann ich nicht lesen. Bezahlt werden? Keine Tricks. Aber wissen Sie, das war hier vorher. Das war ein Weinlokal. Und da wurde getanzt und getrunken. Und es gab eine Sonnenterrasse. Yo, das ist so, dass er nicht schlecht ist. Er ist eigentlich nicht schlecht ist. Er ist nicht schlecht ist. Okay, ziemlich interessant. Oh, ich wünsche wirklich, ja, ich verstehe. So, ich kann die Nuancen, so ich kann die hiddenen Minuten, so ich kann die Länge reinigen. Okay, denn, du weißt, egal wie hart du alles tradust, da ist noch keine Verlustung. Okay? Es gab Schulden! Ja. Dann sind Sie gekommen und haben das Inventar privatisiert. Und dann haben Sie meine Sonnenschirme verkauft und aus der Sonnenterrasse haben Sie einen bezahlten Parkplatz gemacht, auf den keiner mehr fahren will, weil es keine Sonnenterrasse mehr gibt. Moment mal, man kann hier im Sommer draußen essen? Oh, googeln Sie mal die Wetterdaten. Es ist heiß hier! Das können Sie auch gar nicht beurteilen. Sind Sie ein Meteorologe? Mit meiner Kneipe geht's beschissen! Das können Sie gar nicht beurteilen, oder sind Sie Ökonomen? Das wollen wir doch auch! Ich will doch nur auf meine Wirtschaft helfen! Sie kämpfen! Das wollen wir doch auch! Allerdings halt zu unseren Bedingungen, nein? Die Institution, die Männer in Schlaf, die kamen, die kamen, sie kamen, um das Platz um zu nehmen. Sehr schade. Das ist nicht so. Was ist passiert? in griechenland also gut ich nehme ihr angebot an und akzeptiere ihre aufladen sehr vernünftig willkommen in der realität ist was werden sie denn jetzt mit dem geld machen den koch wieder anstellen er will die reformen zurückdrehen wohltaten verteilen ich bin verastungslos nein nur gäste anlocken vor den gästen werden erst mal die schulden bedient jetzt reden wir doch offen wir eine wirtschaft geld versenken die weder eigene stühle eigenes besteck noch einen eigenen koch hat also jetzt nicht persönlich nehmen aber ihr griechen kappier disney oh oh ah die wrecked him die wrecked him and then after wrecking him they're using the consequence of them wrecking him yeah so not invest in his business do you get that that is crazy you know is that what actually happened with greece is that why greece got into that deep 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 economical crisis it was crazy bro whoa oh i remember all that collapse greece really suffered it was crazy this institution is really black this institution is really black i am no greek oh i am no greek i'm turkish i am turkish i am turkish yo this is crazy you know this is crazy like i said it was a scene that is a muncow yeah interesting acting as well okay pretty convincing alright i am turkish Und ich liebe die Art von Gris, wie Gris in ihre Gefühle. Wie sie verweigert. Und sie sagt, dass Gris nicht die Leute lernen. Sie kamen durch die Institutionen, verweigert sie, sie verweigert sie in Gefühle. Und das ist es. Die Gefühle in Gefühle. Und sie können nicht mehr aus dem Gefühle. Sie müssen mehr Geld aus der Gefühle. Aber sie haben mehr Geld aus der Gefühle. Und sie versuchen, die Gefühle aus der Gefühle. Das ist eine sehr große, eine riesige Runde. Die Gefühle aus der Gefühle aus der Gefühle aus der Gefühle. Wie sie, wir werden mehr von diesen Videos gemacht. Das ist eine Teil der 1. Wir haben ungefähr drei bis vier mehr Teil. Lasst mich wissen, ob ihr wollt in die Kommentare. Lasst mich wissen. Und sie sich über die Kommentare und die Liebe. Das wird ein Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017